Hallo miteinander, mein Name ist Thomas Schwarz. Ich bin bei Puma zuständig für die Toward Handschuhe und stelle euch jetzt hier die Q4 Farbe vor. Q3 haben wir den schönen klassischen ganzen Weiß. In Q4 kommt jetzt die zweite Farbe mit rein, mit dem Grün, wo man hier wirklich dann die ganzen verschiedenen Zonen genau noch mal abgemagert hat. Sieht zum einen visuell besser aus oder anders aus und zum anderen kommt eben auch noch mal diese Zonen besser zur Geltung. Gehen wir kurz darauf ein. Also der Handschuh selber ist in einem Stück gestrickt, eben mit verschiedenen Zonen. Nach dem Bedürfnis in der Hand. In diesem Bereich, wo man Support braucht, hat man eben mehr diese Kompression, damit man diese Unterstützung hat. Dann haben wir eben in dem mittleren Sektor die Ventilation Holes, wo man dann mehr Dehnbarkeit hat, dass man besser in den Handschuh rein kommt. Das gleiche gilt hier am Daumen. Wenn man dann hier in die Punching Zone reingeht, sieht man auch hier schön, dass hier das Material unterfüttert worden ist, dass man mehr Support kriegt, mehr Unterstützung, wenn man den Ball faustet und dann zusätzlich noch diese Silikonnoppen oben drauf gemacht haben, damit man auch diese Griffigkeit haben, wenn man den Ball wirklich fausten will. Vorne dann an den Fingerspitzen gibt es wieder diese Ventilation Holes, um die Belüftung auch hier zu garantieren. Wenn man dann auf die Innenseite geht, sieht man hier zum einen die Einstiegshilfe, die macht den Handschuh unten in der Bandage steif, damit man wirklich besser ziehen kann. Beim Belag haben wir den 4 mm Elite Duo Grip. Duo, weil wir hier eben diese Klebepartikel mit eingearbeitet haben im Vulkanisationsprozess, die eben dann nochmal die zusätzliche Grip beim Fang vom Ball liefert. Hier am Daumen haben wir den Wrap von oben, damit da kein Ball durchgehen kann. In den vier Fingern haben wir eine Innennaht, die schön eng sitzt mit Latexschichteln, damit man auch hier wirklich die Fangfläche vergrößert hat. Zusätzlich haben wir hier diese Prägelinien auf dem Innenhandbelag, die die Flexibilität von dem Handschuh unterstützen, damit der Handschuh wirklich dann sich auch den Bewegungen von der Hand folgen. Wenn wir den Handschuh dann anziehen, dann sieht man wirklich, dass der Handschuh wie eine zweite Haut sitzt. Da gibt es keine Falten, kein Verrutschen, da hat man einen sehr sicheren Halt. Wenn man dann nochmal mehr Unterstützung im Handgelenkbereich braucht, kann man den Handschuh auch hier umstülpen. Das sieht man jetzt hier. Da deckt man dann praktisch die ganzen Ventilationslöcher ab, wo die Dehnbarkeit ist und covert die dann mit dem Kompressionsbereich und dadurch hat man einen extrem stabilen Sitz im Handschuh. Da gibt es dann kein Verrutschen mehr. Der Handschuh kommt dann wie gesagt in Q4, wird dann von Torhütern wie Flecken von Freiburg oder Jan Oblak von Atletico Madrid gespielt.